Es ist das wohl unglaublichste Hochzeitsgerücht Hollywoods, Wynonna Raider und Keanu Reeves sollen bereits seit 1992 verheiratet sein und das, obwohl heute beide in glücklichen Partnerschaften leben. Nun spricht der Schauspieler selbst Klartext Keanu Reeves, 57, und Wynonna Raider treten nicht nur mehrere Filme zusammen und verstehen sich auch abseits der Kameras blendend, die beiden Hollywoodgrößen sollen. Zudem auch verheiratet sein Das enthüllte die 50-jährige 2018 selbst gegenüber Entertainment-Wegli Wynonna Raider bestätigt er mit Keanu Reeves Raider erklärte, dass während der Hochzeitszeremonie, die sie und ihr Kollege 1992 für Bram Stokes Dracula treten, ein echter rumänischer Priester anwesend war. Wir haben in Dracula tatsächlich geheiratet. Nein, ich schwöre, ich glaube. Wir sind im echten Leben verheiratet Heute in einem Video-Interview mit Esquere zu dem süßen Hochzeitsgerücht. Auf die Frage, ob er und Wynonna Raider tatsächlich verheiratet seien, macht er deutlich, wir haben eine komplette Szene einer Hochzeitszeremonie mit echten Priestern gedreht. Wynonna sagt, wir sind es. Coppola sagt, wir sind es. Also sind wir, denke ich, vor Gott verheiratet Und auch Star-Regisseur Francis Ford Coppola erklärte vor einigen Jahren gegenüber The Guardian Während Keanu seit 2018 mit Künstlerin Alexandra Krenn zusammen ist, liebt Wynonna bereits seit 2011 Hilft Designers Copp McInley-Hahn Hilft Designers Copp McInley-Hahn Julien